Leute, gucken wir, was ich hier gefunden habe. Es ist wirklich drinne. Der grüne Robo-Schreiter kann wohl im Raid droppen. Es sieht absolut dumm aus mit dem Tauchen. Grüner Proto-Schreiter. Er ist wirklich drinne. Ich hätte gedacht, das wäre ein Fake gewesen. Wie das aussieht. Äh. Can you walk around, please? Er ist AFK. Ist das nice. Die Frage ist, bei welchem Boss der droppt, ne? Der grüne Proto-Schreiter. Offiziell. Confirmed. Der muss irgendwie bei einem Boss droppen. Ich denke mal beim letzten, oder? Richtig nice. Richtig nice.